Ich schlag vor, wir regeln das auf dem Asphalt. Die Verlierer rücken freiwillig die Schlüssel raus. Auf den Straßen von Miami gibt es einige, die sich nicht an die Regeln halten. Schmeiß die Motoren an! Und es gibt zwei... Bist du bereit? Haha, das ist nichts! ...die ihre eigenen aufstellen. Nein! Mal sehen, was die Kiste kann! In diesem Sommer starten sie durch. Sie sollen für mich was transportieren, von North Beach auf die Keys. Jenseits aller Gesetze. Du bist für mich sowas wie Familie. Jenseits aller Grenzen. Was hat der denn? Ich kann mich einfach nicht unterordnen. Wie schnell willst du sein? Wir haben die Verdächtigen umstellt. Was denkst du? Die haben sich mit den Falschen angelegt. Gleich nach der Fahrt wollen sie dich umleben. Knarren, Mörder und korrupte Bullen? Ist genau mein Ding. Lass doch wohl nicht das, was ich denke, oder? Halt dich fest, Mogen! Too fast, too furious. Das sind die Kiste auf die Schaden. Das ist die Kiste. Es ist die Kiste. Ich bin fast, also die Kiste. Untertitelung des ZDF, 2020